Jetzt Bonus kassieren auf admiralbett.de Hallo, mein Name ist Ralf Pallapies, Trainer, Übergangstrainer, Interimstrainer des SV Rugenbergen und ich habe die große Freude, heute den 29. Spieltag tippen zu dürfen. Tuss-Ostdorf gegen BU, 1 zu 1. Viktoria gegen Buchholz, 2 zu 0. Süderelbe gegen Wedel, 1 zu 0. Dassendorf gegen Concordia, 4 zu 2. Meindorf gegen Teutonia, 0 zu 5, 1 zu 3. HEBC gegen Condor, 0 zu 0. Altona 93 gegen Sasel, 2 zu 3. Und VfL Pinneberg gegen Kurslack Neuengamme, 0 zu 1. Das letzte Spiel ist dann Niendorf gegen Rugenbergen und ich traue uns dem Punkt zu, wir werden dort 1 zu 1 spielen. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich wünsche allen Akteuren viel Spaß am Wochenende und den Verantwortlichen ebenso. Jetzt mitmachen und Tippkönig werden. Wie könnt ihr mitmachen? Schreibt uns eine Mail mit euren Infos und schon könnt ihr den Spieltag eures Teams tippen. Der Sieger erhält am Ende der Saison einen attraktiven Preis von unserem Partner Admiral Sportwetten. Wir freuen uns auf eure Tipps.